. 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 In der Rückrunde, 9 Punkte hatten wir. 9 Punkte, 51 Gegentore. Wir wurden von allem belechelt. Von allem belechelt war die Schießmute in der Liga. Männer, Rückrunde. Zweibestes Rückrundteam. 30 Punkte. Kapellenführer geschlagen. Meister geschlagen. Beste Rückrundmannschaft geschlagen. Alle, die gegen uns spielen, haben Angst. Männer, die kommen hierher. Die haben einen heiten Respekt vor uns. Die haben Angst, dass sie hierher kommen. Die wissen, das ist das schwierigste Gegner am letzten Spieltag. Männer, wir wissen es. Deshalb meine Frage, Männer. Wer ist die zweitbeste Rückrundmannschaft? Wir. Wer hat der Bergführer geschlagen? Wir. Wer hat den Meister geschlagen? Wir. Wer hat die beste Rückrundteam geschlagen? Wir. Wer hat seit 6 Miro geschlagen? Wir. Wer hat heute den ersten Einen eingeladen? Wir. Wer hat einen Donnerstump weg? Wir. Wer macht das erste Foul? Wir. Wer hat das erste Tor? Wir. Wir. Wer hat am Schluss den Klassik? Wir. Wer hat das erste Tor? Wir. 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 Wir.